hallo und jetzt willkommen zurück hier auch 30 abschluss mit der waffe hier ich die waffe schon spielen mussten ja wenigstens wo es double xp und so gibt oder muss ich mal mit drei weil das gibt es doch nicht wir haben hier gehabt ich mag den revolver überhaupt nicht diese 30 jetzt kann so lange dauern herzschlag sein so ernsthaft noch zehn mal so viele kills das ist Assist, Assist. Vielleicht hätte ich halt was besser mit der Waffe. Ja, ich habe aus den Lippen gedrückt. Wir verlieren an Boden! Strengt euch mit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Der ist eine Drohne über uns. so schnell sieben kitts gerade mal ja 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 aber immerhin ein drittel der quest haben wir schon geschafft ja 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 Das Hauptquartier gesichert, Verbündeten ohne ist in der Luft. Wow, da wollte ich gerade das Ding werfen, ey. Seid ihr eigentlich komplett offline? Ich weiß schon, dass er das Hauptquartier verteidigen soll, ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Okay, zwei Schüsse in die Brust reichen also nicht aus. Achtung, hör mal, wir haben es fast geschafft in den Hintern. Achtung, hör mal, wir haben es fast geschafft, Hauskott hier umkämpft. Falt am Hauskott hier, verteidigt! Wir haben das Hauskott hier geactiviert. Okay, drei Schüsse in die Brust reichen. Yo! Ab zum neuen Hauptkott hier! Loll! Äh... Erwägung! Feindlicher Marsch! Abfluch! Schüttel! 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 Ja, es wurde trotzdem einge弄, ihr Helden! Schwer doch, du Hampel. Es gibt es doch nicht, wie viele Sch... Schwer doch, wie viele Gegner werden dann komplett ignoriert. Schwer doch, wie viele Schwer doch, wie viele Schwer doch. Schwer doch, wie viele Schwer doch. 23 von 30. Könnten wir in noch einer weiteren Runde shoppen vielleicht. Geht ja auch gerade ganz schön auf Pisteln, ne? Was brauchen wir hier? Aufklärung. Er fragt sich wann das kommt, ey. Ja, einige mit gesehen schon. Den tausche ich mal. Ja, das ist schon ausgewählt. Soja, Sticker gab es auch noch. Aber ich will ja eigentlich die Missions-EP abgreifen. Ein bisschen die Pistols leveln. Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Shipment Abschluss bestätigt. Okay, M4 Action. Obwohl, sieben Kills mit der... Nee. ...da... ...Kleivslein verkehrt. Ja. Ich bin ja schon mal hier. Abschluss bestätigt. 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 Okay, war ja nicht ganz so gut. So, damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.